Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ein weiterer Box Break hier bei mir. Ich habe hier eine 2020 2021 Panini Flux Basketball NBA Blaster Box. Ja so sieht das Ganze aus. Sechs Packs per Box, drei Karten per Pack und werde ich das Ganze jetzt mal breiten. Ja, die Box ist leer. Sechs Packs starten wir mit dem ersten Pack. So sehen die Base Karten aus. Tyler Hero, Royce O'Neal, das ist ein Mojo Pism. Die sehen so aus. Und Thomas Bryant. Zweites Pack. Hamidou Diallo. A Rookie Card für die Warriors Michael Mulder. Und George Hill. Drittes Pack. Evan Fournier. Tristan Thompson, Mojo Prism. Und Jerry West Base Card. Viertes Pack. Kevin Love. Rookie Card für die Heat Precious Eshuva. Und Tobias Harris. Fünftes Pack. Victor Oladipo. Und ein Insert. Flux Appeal. Anthony Davis. Prism. Und Rui Hachimura. Und Rui Hachimura. Und sechstes und letztes Pack. Jeremy Grant. Jeremy Grant. Uduka Azebuke. Rookie Card. Und Gary Harris. Naja. Das war der kleine Box Break zu 2020, 2021 Panini Flux NBA Basketball Blaster Box. Ich bin damit raus. Sage Peace. Danke. Reingehauen. Bitte weiterhin kommentieren und abonnieren. Und lasst mir doch ein Like da. Bis demnächst. Ciao.